Hallo Mädels und Jungs, unterwegs zu einer Altstadtführung Treffpunkt, die Pestsäule im ersten Bezirk nähe des Stephansplatz. Und das ist eine kleine private Führung, die jemand veranstaltet, der natürlich auch über die Geschichte Wiens Bescheid weiß. Allerdings kann ich noch nicht sagen, ob ich das auch filmen darf. Wenn es möglich ist, dann gibt es natürlich kurze Ausschnitte dazu. Alles was wichtig ist. Wenn nicht, dann tut es mir leid. Dann wird nicht gefilmt werden können. Aber vielleicht kann ich euch dann später was erzählen drüber. Wir werden sehen. Ja, und ein Arschloch auf der Strasse. Entschuldigung, ist ja was. Die Pestsäule. Otto-Wagner-Bau. Da oben eine Glaskuppel. Und hier vorne, leider sieht man es oben nicht, das Gebäude mit dem grünen Dach hat oben ein Schiff und wurde von einer Handelsgesellschaft erbaut. Und das Schiff soll als Zeichen für den Handel da sein. Stock im Eisen. Ein Baum mit extrem vielen Nägeln. Gebäude des Deutschen Ordens. Neben dem Stephansdom. Der zweite Hof des Deutschen Ordens. Der zweite Hof des Deutschen Ordens. Der zweite Hof des Deutschen Ordens. Mit wunderschönen, verwachsenen Gastgarten. Schrittbogen zur gegenseitigen Abstandshaltung der Gebäude. So, und da merkt man schon, das ist natürlich nicht konstruiert, so ist das dann geschehen, dass man hier so eng den weiten Baum anschließt. Bitte schön. Bitte schön. Danke. 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 Vielen Dank. Blubkasse Mozart aus Viena Mozart hat im ersten Stock gewohnt Mozart lives in the first floor Mozart aus von vorne und der Eingang war hier ursprünglich beim Bogenfenster the Mozart house from the front and the entry was by this window In den deutschen Orden hat es einen geheimen Eingang gegeben und zwar ganz im Eck bei diesen Leuchtbalken a secret entry to the German Orden was in the corner with the light Ja und hier natürlich Stephansdom und hier der Stevens Cathedral Grabstätte von Mozart und der Aufgang aus dem Katakond und der Aufgang aus dem Katakond Durchaus aus dem 19. Jahrhundert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Gutenberg Kletterwand im Innenhof Gang ins alte Universitätsviertel 1365 gegründet worden Fengtian, the old university, founded 1365. From here to the end of the place Normalerweise ist nur der Vorraum... Griechische Kirche St. Barbara ... 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